Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Beginner-Guide und damit auch einen schönen dritten Advent euch allen da draußen. Nachdem wir uns jetzt die letzten zwei Sonntage einmal so die Basics angeschaut haben und einmal das Thema Mindset, was meines Erachtens nach immer noch eines der wichtigsten Videos ist, deswegen schaut euch das bitte, bevor ihr euch dieses Video anschaut, bitte noch das alte Video, das Mindset-Video an, geht's heute wirklich ans Eingemachte. Und zwar werden wir uns heute das Thema Strategien anschauen. Welche Strategien gibt es? Welche nutze ich die letzten Monate, die letzten Jahre? Was ist so mein Erfahrungsbaustamm, sag ich mal, wo ich euch weitergeben kann? Und darum soll es auf jeden Fall heute gehen. Deswegen nehmt euch Stift und Zettel, schreibt alles auf, ansonsten, wenn euch das Video ansonsten reicht oder sonst euch gefällt, lasst dem Video doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne einen Kommentar unten für den Algo da lassen und wenn ihr noch mehr Fragen habt, kommt gerne in die kostenlose Talk oder auch Signalgruppe. Und damit würde ich sagen, fangen wir eigentlich direkt an, verplempern wir keine Zeit. Und zwar, es gibt 100.000 Strategien da draußen. Es gibt Chart-Pattern-Trading, es gibt Volumen-Trading, es gibt Alien-Wellen-Trading, was ich euch nicht beibringen kann, davon habe ich sehr, sehr wenig Ahnung, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber was ist denn jetzt die Richtige? Es gibt, also muss man gleich mal dazu sagen, es gibt nicht wirklich die perfekte Strategie. Es gibt, man kann vieles miteinander verknüpfen, man kann auch nur mit Chart-Pattern-Trading, gibt es auch viele, die einfach nur damit erfolgreich sind. Mir hat es nie gelegen, ich habe damit nur Kohle verloren, ich habe es euch ja, glaube ich, im ersten Video gesagt, wie ich angefangen habe, Haufen Kohle dadurch verloren. Aber was wir machen, man lernt daraus, man bleibt am Ball und sucht sich einfach neue Strategien, was einem halt liegt. Und trotzdem möchte ich aber heute mit dem Thema Chart-Pattern anfangen. Und zwar, wir haben bei CryptoGuru auch, wenn ihr oben Chart-Muster in der Suche hier eingibt, kommt da so eine komplette Übersicht erst einmal, was gibt es überhaupt für Chart-Pattern. Ihr habt es ja schon jetzt in der Adventszeit mitbekommen, ich habe jeden Tag ein Chart-Pattern als Short bei Instagram, bei TikTok und natürlich auf YouTube hochgeladen. Also guckt euch das gerne mal an, das ist dann einfach nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Wir werden jetzt auch nicht jedes Chart-Pattern hier durchgehen. Also das macht keinen Sinn, das dauert einfach viel, viel zu lange. Deswegen schaut euch das wirklich mal vorhinein an. Backtestet das mal, da haben wir auch schon im ersten Video drüber gesprochen. Trading View, testet die Strategien ein bisschen, sucht euch vielleicht einen Account mit Demokonto. Da habe ich ja an Nikolaus auch ein Video hochgeladen, welche Plattformen momentan denn noch relativ safe sind oder welche schon ihre Proof of Reserves, sag ich mal, veröffentlicht haben. Also schaut euch das wirklich an, das gehört auch noch alles dazu. Also momentan, das ist jetzt der vierte Teil, nächste Woche kommt dann noch der fünfte Teil. Damit ihr hier wirklich euren Start nicht, ich sage jetzt mal, einfach verkackt. Oder damit ihr einfach wisst, auf was ihr euch einlasst. Aber so die grundsätzlichen Chart-Pattern ist einfach dieses Double Bottom Pattern, Trendwende Pattern. Was man auch schon öfters gehört, das ist das Double Top Pattern. Meistens nach einer Trendwende. Hier haben wir zum Beispiel das Top des Bullmarks, wo eben so ein Doppeltop entstanden ist. Aber hier muss man ein bisschen aufpassen. Das werde ich euch dann später nochmal ein bisschen genauer zeigen. Vor allem Thema Volumen und sowas muss man da noch ein bisschen mehr beachten. Aber wie gesagt, da kommen wir jetzt im Laufe des Videos dann langsam so darauf zu sprechen. Man hat das Head & Shoulders Pattern, wo ich euch aber wirklich abraten würde, danach zu suchen. Es kann absolut in die Hose gehen. Es ist auch ein Trendwende Pattern nach einem Abtrend. Aber ich würde euch einfach mal kurz zusammengefasst nicht raten, es einfach zu machen. Lasst die Finger von einem Head & Shoulders, teilweise auch von einem Inverse Head & Shoulders Pattern. Dann würde ich euch einfach nicht raten, dann eher möglicherweise nach einem Double Bottom Pattern, also einem W Pattern oder nach einem M Pattern, Doppeltop Pattern suchen. Dann gehen wir weiter zum Ascending Triangle und Descending Triangle. Ascending ist ein bullisches Chart Pattern. Wir haben hier eine bullische Continuation, beziehungsweise eine, ja doch Continuation kann man schon sagen, wo sich dann ein Abtrend bildet. Wir haben einen horizontalen Widerstand, was man hier ganz gut sieht und dann eben ein schönes Breakout. Das Padon dazu ist das Descending Triangle. Hier haben wir noch den Punkt, es kann in einem Bullenmarkt auch nach oben hin ausbrechen, hatten wir auch schon. Also deswegen, ich bin bei Pattern immer sehr, sehr vorsichtig. Normalerweise sagt man, der Trend, aus dem das Pattern kommt, wird dann auch fortgesetzt. Deswegen haben wir meistens ein Descending Triangle, meistens nach einem Downtrend und ein Ascending Triangle dann manchmal eher nach einem Abtrend. Aber das kann man auch nicht so gut sagen. Also auch hier gilt auf jeden Fall Vorsicht. Übt es, lest euch das in Ruhe einfach durch. Was wir dann schon ein bisschen, was ein bisschen sinnvoller ist, ist dann schon eher dieses Falling, je nachdem Falling, Brawling Wedge oder Falling Wedge, kann man schon dazu sagen, das ist dann doch ein Pattern, was des Öfteren vorkommt. Und da möchte ich euch gleich mal ein Beispiel zeigen. Für jeden, der am Freitag das Video gesehen hat, haben wir hier Polkadot. Wir gehen mal ganz kurz auf den Daily Chart. Denn das ist so eins meiner Lieblingspattern. Und das zeichne ich immer noch gerne mal ein. Dazu müsst ihr dann nur wissen, okay, ihr habt hier unten die Möglichkeit bei TradingView einerseits den Locked Chart, also den logarithmischen Chart anzumachen oder den ganz normalen automatischen. Das heißt, die Zeit ist dann ein bisschen so verschoben. Also ist nicht mehr, ach, keine Ahnung, wie ich das am besten erklären soll. Testet es einfach aus. Auf jeden Fall sieht man es hier ganz gut. Falling Wedge haben wir hier. Wir haben normalerweise hier immer vier Berührungspunkte, bevor dann wirklich das Breakout statistisch gesehen, zumindest für 70 bis, ich glaube, sogar 80 Prozent, nach oben hin ausbricht. Das Preisstil ist immer der Beginn des Falling Wedges. Also wäre hier bei Polkadot das Beispiel 55 US-Dollar circa. Wie positioniert man sich da am besten? Also generell gilt, wenn ihr Spot, und da kommen wir jetzt dann schon wieder in eine andere Schiene, bevor wir jetzt wirklich hier tiefer in die Materie eintauchen. Es gibt zwei Arten von Trading. Es gibt einerseits das Spot Trading, das heißt, ihr sucht euch Zonen, wo ihr kauft. Und das sieht man hier auch ganz, ganz gut am Beispiel von Polkadot. Wir haben hier damals diesen krassen extremen Pump gehabt. Das heißt, dazwischen kann kein Support sein. Kommen wir dann auch nochmal ein bisschen weiter später, da nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber Spot Trading ist im Endeffekt, ihr sucht euch Zonen, wo ihr einsteigt. Und dann aber auch wiederum Zonen, wo ihr Widerstand erwartet, wo ihr dann wiederum aussteigt. Das ist ganz normales Spot Trading. Hier ist kein Hebel im Einsatz. Das heißt, ihr kauft zu einem gewissen Punkt, verkauft dann natürlich am bestenfalls höher, wenn es eure Analyse hergibt. Und das war's. Hier kommt kein Hebel zum Einsatz. Ihr habt hier ganz normales Spot Trading. Das heißt, ihr macht hier nichts mit Hebel. Einfach kaufen, verkaufen. Das ist ganz kurz zusammengefasst Spot Trading. Viele sind damit erfolgreich, viele haben auch erst, sage ich mal, Hebel ausprobiert, haben dann wieder vom Hebel auf Spot Trading zurückgeschalten, weil ein Hebel wirklich dazu verleiten kann. Das haben wir auch schon in einem Mindset Video drüber gesprochen. Ein Hebel kann dazu verleiten, sein Kapital komplett zu verzocken. Und beim Spot hat man, sage ich mal, nicht diesen Druck dahinter, dass man eventuell liquidiert wird. Man muss keine, nicht unbedingt Funding Fees beachten. Also das, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Weil ich möchte jetzt nicht sagen, ey, Spot Trading ist absoluter Müll, weil das stimmt einfach nicht. Spot Trading kann man genauso erfolgreich sein. Und Spot Trading macht im Endeffekt wirklich jeder, der Coins kauft und irgendwann wieder verkauft. Das ist, kann man sagen, ist Spot Trading. Kann natürlich auch sagen, okay, es ist hodeln und ich verkaufe halt irgendwann. Aber es gibt viele auch bei mir in der Community, die das einfach machen. Es spricht auch nichts dagegen. Keiner sagt euch jetzt, nur weil ich jetzt hier diesen Beginner-Guide mache, ihr müsst danach mit Hebel traden. Das ist eine Lüge. Ihr müsst nicht mit Hebel Hebel, ist einfach, das habe ich auch im letzten Video gesagt, maximal 3 bis 5. Vor allem am Anfang habt ihr nichts mit einem 10er oder 20er Hebel zu suchen. Ganz, ganz dringende Warnung nochmal einfach von meiner Seite. Probiert euch vielleicht erstmal beim Spot Trading aus, dass ihr sagt, okay, ich kaufe jetzt einfach mal, da ist ein Level. Zum Beispiel bei Polkadot hier für 10 Dollar ein. Dann verkaufe ich oben wieder, habe meine Gewinne. Das sage ich auch bei mir immer in der Community. Leute, nur weil ihr jetzt hier 200% Profit gemacht habt, beziehungsweise der Trade noch läuft oder euer Spot Trade, nehmt Profite. Weil solange ihr diese Profite nicht gesichert habt, habt ihr keine Profite. Ihr habt zwar in eurem Blatt da vielleicht oder auf eurer App dann stehen, oh ja, 200% Profite. Aber solange ihr diese Profite nicht sichert, habt ihr keine Profite. Und das ist das A und O, profitabel zu sein und auch nicht diese Gier zu verspüren. Und da wieder so dieser Rückblick in eben dieses Mindset Video. Darauf bitte extrem, extrem achten. Ja, soviel zum Spot Trading. Mal ganz kurz die Unterschiede, weil das nämlich auch eine Frage war aus der Community, die sehr, sehr wichtig war. Und fand ich auch jetzt im Nachhinein sehr, sehr wichtig, das vielleicht nochmal zu erklären. Es muss nicht immer Hebel sein. Es geht auch einfach kaufen und verkaufen. Und dafür suchen wir uns halt im Endeffekt Zonen. Und da haben wir uns ja auch jetzt, wer die Altcoin-Update-Videos immer guckt, Falling Wedge. Wir haben hier unten eine schöne Kaufzone, die wir hier unten getroffen haben. Und deswegen für mich klarer Kaufbereich. Und dann schaut man einfach mal, wo sind die nächsten Widerstände. Darauf kommt es jetzt an. Aber wie gesagt, Support und Widerstände kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen, wenn wir die Strategie ein bisschen näher betrachten. Und dann verkauft man einfach nach oben hin. Immer mal vielleicht in Tranchen, vielleicht alles. Vielleicht will man auch auf einen Rücksetzer warten und dann wieder voll einsteigen. Da gibt es viele Möglichkeiten einfach drin draußen. So, ja, soviel zu den Chart-Pattern. Wie gesagt, es gibt unendlich viele Chart-Pattern. Guckt euch das einfach mal in Ruhe an. Eine Bull-Flag, eine Bär-Flag, Diamond-Pattern, Finger von lassen. Rising Wedge, Bärisches Chart-Pattern, sorry. Da gibt es viele. Und wir haben euch auch hier nochmal so die grundsätzlichen Fachbegriffe nochmal etwas näher gebracht. So, jetzt geht es aber ans Eingemachte. Und zwar, wir fangen an mit Strategien. Wir fangen mal grundsätzlich so mit den kleineren Sachen an. Und zwar mit Fachbegriffen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar, wenn ihr den RSI drin habt, das ist so dieser Standardindikator, der überall drin ist. Also den hat, glaube ich, jeder Trader irgendwie drin oder nutzt ihn. Und da gibt es auch verschiedene Konstellationen, warum ich diesen Indikator drin habe. Und zwar einerseits, um eine Bullish, Bearish, Hidden Bullish oder Hidden Bearish Divergence festzustellen. So, Beispiel hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Hidden Bearish Divergence. Das heißt, wir haben tiefere Hochs im Chart, haben aber im RSI jeweils höhere Hochs. Ist eine Hidden Bearish Divergence. Die Chance, dass wir jetzt erst einmal eine Korrektur kriegen, ist hier sehr, sehr hoch. So, wir sind jetzt aber hier auf einem 1-Stunden-Chart. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. Ich würde jetzt zum Beispiel eine Hidden Bearish Divergence nicht unbedingt nur für sich alleine traden. Merkt euch das für später, wenn wir dann in das Volumentrading reinkommen. So, ja und vor allem umso kleiner der Timeframe würde ich hier wirklich auf einen 1-Stunden-Chart bis 4H ungefähr hochgehen. Aber nicht jetzt in den 15-Minuten-Charts. So, dann gibt es noch das Pordon, wie man so schön sagt. Wir haben eine Bullish Divergence. Wir haben ein tieferes Tief im Chart. Wir haben ein höheres Hoch im RSI. Klassische Bullish Divergence. Sehr, sehr effektiv, wenn man mit umgehen kann. Aber auch hier würde ich eher dazu tendieren, zumindest im 1-Stunden-Chart oder ab dem 1-Stunden-Chart dazu zu tendieren. Natürlich haben wir dann auch hier noch das Pordon, wenn ich da jetzt eins finden würde. Genau, haben wir doch hier. Und zwar eine Bearish Divergence. Huch, das wollte ich nicht. So, das haben wir dann hier zum Beispiel. Wir haben höhere Hochs im Chart, aber tiefere Hochs im RSI. Sieht man hier ganz gut. Das ist dann das Bearish Pardon zu einer Bullish Divergence. Und zwar haben wir hier einen Trend, der ordentlich nach oben geht. Und dann eben eine Trendwende, einfach damit sich der RSI, der in einem übergekauften Bereich ist, also über dem Bereich von ungefähr 70 drüber ist, dann wiederum wechselt in einen, sage ich mal, neutralen bis sogar überverkauften Bereich, also unter 30. Das sind so die Standards. Natürlich gibt es so eine Hidden Bullish Divergence, das sieht man dann hier. Das habe ich jetzt einfach mal rausgesucht, weil ich jetzt keine auf die Schnelle gefunden habe. Lower Low im RSI, Higher Low im Chart. Könnt ihr danach suchen. Aber wie gesagt, für den Anfang würde ich sagen, Bullish Divergence und Bearish Divergence zu suchen, ist erst einmal das Grundlegende. Danach ein bisschen tiefer und Hidden Bearish und Hidden Bullish Divergence suchen, würde ich euch dann erst mal so, wenn ihr so die Grundlagen drauf habt und so, euch dazu dann erst einmal raten. So, gehen wir weiter zu den Indikatoren, die ich drin habe. Den Volumenindikator, dazu kommen wir dann später nochmal, ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Dann gibt es die EMA Ribbons, wenn die jetzt angehen, perfekt. Könnt ihr euch auch ganz normal ziehen, gibt es, ich will jetzt nicht lügen, aber kann sein, dass es den auch nur im Pro gibt bei TradingView, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ihr habt hier die 21er EMA bis ungefähr 200 EMA, könnt ihr euch alles einstellen. 200 EMA ist diese gelbe Linie, der Rest bis zum 55er EMA ist in diesen grünen Packen hier drin. So, grün heißt einfach nur, dass wir in einem Abtrend sind, beziehungsweise der 21er sich nicht mit dem 55er gekreuzt hat. Da sind wir momentan in einem kleinen Abtrend. Gibt Support, muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen, nutze ich kaum noch in meiner Analyse. Es ist aber grundsätzlich so, wir haben die EMA Ribbons hier teilweise immer als Support, werden immer wieder schön getestet oder werden halt dann, wenn es im roten Bereich ist, auch als Widerstand wiederum getestet. Und dann Breakout ist dann grundsätzlich bullish, wenn das dann wiederum bestätigt würde. Aber ganz ehrlich, ich nutze es nicht mehr. Ich habe es jetzt einfach ins Video gepackt. Ich nutze es aber für mich persönlich kaum einfach noch im Trading. Ich will es euch aber trotzdem zeigen. Es ist einfach ein zusätzlicher Indikator. Wie gesagt, 21er EMA. Ey, man kann nach EMAs traden. Es gibt Leute, die traden auch nur nach EMAs und sagen, ja, hier, 50er. Aber auch da müsst ihr halt gucken. Für mich ist da eher so der 4-Stunden-Charter interessant. Also ihr sagt, okay, wie ist denn da im 4-Stunden-Charter-Trend? Schöner, impulsives Breakout, Retest, Welle wird geritten, dann eben das bearische Padort da drunter. Konnten uns dann aber hier nochmal vor dieser Kreuzung eben retten und dann nach oben. Aber weiß nicht, bin ich einfach kein Fan davon, das wirklich zu benutzen. Also ich habe es früher, glaube ich, öfters mal benutzt, aber weiß ich nicht, ist nicht mehr so meins. Für mich dann eher, was ich immer noch in die Strategie mit einbauche, sind die Pivot-Points-Standard. Merken ist für mich persönlich ein wichtiger Indikator. Und zwar, wir machen den ganz kurz mal auf. Ihr könnt hier bei Eingaben, könnt ihr auswählen zwischen Pivots Monthly, Weekly, Daily oder Auto. Da habt ihr dann alles drin. Aber wichtig für mich persönlich immer nur der Monthly und Weekly. Dann klickt ihr einfach auf Bestätigen und schon habt ihr die Weekly Support Zone und Weekly Widerstände, kann man dazu sagen. Berechnung findet ihr in der Telegram-Gruppe. Keine Ahnung, wie man die berechnet. Also es ist in der Telegram-Gruppe, müsste glaube ich ein Berechnungshinweis drin sein. Da möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel vorgreifen, weil die Berechnung juckt mich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Aber ist halt doch relativ interessant. Einfach um das für seine Trading-Strategie, sage ich mal, mit einzubauen als Support, Resistance und möglicher Take Profit. Also TP, wenn ich immer was in die Signalgruppe reinhaue mit TP, heißt Take Profit, also Profite nehmen. Stop Loss ist dann immer, wo ich die Position angeschlossen haben möchte. Also da ist wirklich der Point of No Return, wie man sagt, wenn der Stop Loss gehittet wird, ist die Position zu, erst einmal. So, und das baue ich halt gerne einfach mal ein, um zu gucken, wo liegen denn hier jetzt möglicherweise unsere nächsten Widerstände. Beispiel, wir hatten hier eine Position offen. Dann lege ich mir einerseits hier den ersten Take Profit an diese Demand-Zone, kommen wir jetzt auch gleich nochmal dazu. Und dann zum Beispiel nochmal einen zweiten Take Profit, weil hier drüber jetzt keine wirklich signifikanten Widerstände mehr sind. dann in dem Bereich der 17.626 US-Dollar oder ein bisschen davor, weil hier dieser Weekly Widerstand liegt. Gehen wir jetzt dann, wie gesagt, nochmal ganz kurz auf den Monthly Pivot. Auch sehr, sehr interessant. Natürlich deutlich mehr Preisrange, was wir hier haben. Der würde dann bei ungefähr 18.000 US-Dollar liegen. Und das wäre für mich jetzt einfach Take Profit 3. Es würde zu diesem Hoch da drüben reinpassen. Es würde zu dem Pivot und zu dieser Widerstandszone hier oben reinpassen. So, das ist der Pivot-Indikator. Könnt ihr euch gerne reinmachen. Gibt es auch in der Free-Version. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr müsst ihn natürlich nicht auf Dauer nehmen. Ihr könnt euch den theoretisch auch, wenn ihr wisst, okay, neue Woche, ich zeichne mir die manuell ein. Und auch die Monthly, die könnt ihr einmal im Monat, müsst ihr die ja nur tauschen. Könnt ihr das auch so machen gerne. Spricht nichts dagegen, dann habt ihr wiederum einen Slot da oben frei in eurem TradingView-Account. So, dann, wenn wir jetzt schon beim Thema Supply und Demand sind. Supply und Demand sind im Endeffekt Liquiditätszonen. Und jetzt kommen wir mehr so in meinen Trading-Stil hinein. Und zwar Liquiditäts-Trading. Wo liegt die Liquidität? Wie tradet man danach? Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt an. So, fangen wir an mit einer Supply-Zone, weil das sich hier ganz gut macht. So, Supply-Zonen sind, wie gesagt, Widerstandszonen, wo Short-Liquidität liegt. Und die haben wir hier oben sehr, sehr schön abgegrast. Sieht man hier ganz gut. Eine Supply-Zone ist im Endeffekt, müsst ihr euch so vorstellen, einerseits die Widerstandszone, hier liegt viel Short-Liquidität. Wie zeichnet man die ein? Ihr habt eine grüne Candle, danach eine rote. Nehmt bei einer Supply auf jeden Fall den WIC mit. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Würde ich euch aber raten, fangt oben an. Fangt auf dem 12-Stunden-Timeframe an und zeichnet euch die dann ein. Dann seht ihr nämlich schon, okay, einerseits haben wir hier eine große 12-Stunden-Supply. Dann machen wir den 8-Stunden-Chart. 8 Stunden genauso wie die 12 Stunden. Das heißt, ihr nehmt den kompletten Kerzenkörper mit dem WIC und dann schaut ihr weiter. So, dann geht ihr in den 6-Stunden-Chart. Dann machen wir das weiter. Okay, 6 Stunden seht ihr schon, okay, wir haben zwar eine grüne und eine rote, aber die rote ist kleiner als die grüne. Deswegen keine Supply. Die rote muss größer sein als die vorher folgende grüne. Dann 4-Stunden-Chart haben wir jetzt gerade eingezeichnet. Seht ihr dann hier. Dann 3-Stunden-Chart, auch so ein Ding, was ich gerne benutze. Sehen wir dann hier, okay, hier haben wir auch nochmal so eine kleine. Ganz gut hier auch. Was? So? Jetzt aber nehmen wir auch wieder den WIC mit, nehmen den ganzen grünen Kerzenkörper und ziehen das rüber. Dann geht es in den 2-Stunden-Chart. Ist zwar jetzt ein bisschen öde, aber kann man schon so machen. Seht ihr auch hier, okay, wir haben hier wieder so eine kleine Supply. Und dann seht ihr schon, wie die Widerstände immer mehr ersichtlich werden. Also vom 12 Stunden, beziehungsweise, wo haben wir angefangen? Doch 12 Stunden. Und dann immer mehr in die kleineren Timeframes. Und dann seht ihr schon, okay, da sticht so langsam immer mehr diese Zone heraus. Und dann seht ihr klar und deutlich, hier in grün, ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt, in welcher Zeitzone. Seht ihr, boah, da ist jetzt aber viel Widerstand. Genau hier sind wir eben reingekommen. Ihr seht diese übergeordnete 12 und 8 Stunden, was jetzt hier so groß ist, würde ich rausmachen. Hier liegt die Liquidität des Indizonen. Da müssen wir endgültig drüber kommen, um hier wirklich, sag ich mal, den Widerstand zu brechen. Da ist momentan der meiste Widerstand. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, wir haben vorher gesagt, okay, wir haben eine Hidden Bearish Divergence. So, ist gut. Dann habt ihr zuvor noch die ganzen Liquiditätszonen eingezeichnet, beziehungsweise hier die ganzen Supply-Zonen, die heißt die Widerstandszonen. Und danach richtet ihr jetzt euren Stop-Loss. So, jetzt aber Achtung. Jetzt überschneidet sich das so ein kleines bisschen. Das heißt, wir haben jetzt die Supply, wir haben eine Hidden Bearish Divergence im Chart, im 1-Stunden-Chart. Die können wir vielleicht gleich nochmal gleich dazu einzeichnen. Einfach mal so, damit ihr so einen Punkt dazu habt. Und jetzt kommt es auf Volumen an. Und jetzt wird der Volumenindikator sehr, sehr interessant werden. So, ihr seht unten das Volumen immer wieder diese Peaks. Wir haben hier einen Peak, wir hatten hier einen Peak und wir hatten hier drüben nochmal einen Peak mit sehr, sehr viel Volumen. So, jetzt wird es interessant. So, ihr seht diese grüne Volumencandle mit sehr, sehr viel Volumen. Ihr seht die darauf folgende Candle mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Das heißt, hier drüber, die Liquidität wurde noch nicht gefischt. Und da liegt jetzt unser kleiner Haken, denn da wird unser Stop-Loss liegen. Ihr habt zwar jetzt, wie gesagt, schön die 1-Stunden-Supply und sowas eingezeichnet. Hier sollte dann euer Entry liegen, ungefähr hier ein bisschen davor immer, weil es ändert sich von Börse zu Börse immer ein bisschen ab von den Entries. Also das heißt, ein bisschen minimal davor eure ganzen Zonen. Schreibt euch vielleicht noch dazu, welche Zone das genau ist. Da haben wir unseren Entry. Ich sage jetzt mal beispielsweise 17.250 US-Dollar, weil hier eben eine 1-Stunden-, eine 2-Stunden-, eine 3-, eine 4-, eine 6-Supply-Zone ist. So, Entry hier. Wir legen aber unseren Stop-Loss nicht nur über die Widerstandszone, sondern auch über die Liquidität hier drüber. Und dann sage ich nochmal so ein halber bis dreiviertel Prozentpunkt einfach nochmal drüber. Und unser Widerstand, beziehungsweise unser Stop-Loss von unserem Short würde bei ungefähr 17.500 US-Dollar liegen. Und das ist eben das Entscheidende. So, beispielsweise, wir hätten jetzt ein anderes Beispiel. Wir hätten hier drüben diese rote Candle, die wäre schon über dem letzten Hoch gewesen und hätte deutlich, deutlich weniger Volumen gehabt. Also auch von mir aus auch dieses Volumen, was hier eben entstanden ist, viel, viel weniger. Heißt für mich, die Short-Liquidität wurde schon abgegrast. Das heißt, die Liquidität, die über diesem Hoch liegt, weil wir haben ja hier sehr, sehr viel Liquidität reinbekommen in diesen Pump, wurde abgefischt. Die wurde aber noch nicht abgefischt, weil das zweite Hoch nicht so hoch war wie das erste bei dieser roten Candle. Das heißt, hier liegt noch eine Menge Liquidität und diese Liquidität, die hier liegt, müssen wir auf jeden Fall noch mit einplanen für unseren Stop-Loss. Und nicht nur hier die 1-Stunden- und 2-Stunden-Supply-Zonen. Klar, würde, wenn wir jetzt hier einen Entry hätten, hätten wir einen Risk von 0,57, wäre mir persönlich aber zu riskant. Wir müssen mindestens darüber. Das heißt, das Risk verdoppelt sich um, sage ich mal, quasi das Doppelte. Aber, weil hier eben noch Liquidität liegt. Und jetzt kommen wir halt in diesen Bereich, wo ich gemeint habe, das ist so mein Trading-Stil. Ich versuche, daraus zu finden, wo liegt die Liquidität. Klar, die Supply- und Demand-Zonen sind alles Bombe. Auch zusätzlich einzeichnen mache ich auch noch weiterhin. Einfach, um möglicherweise einen besseren Entry zu kriegen und nicht nur auf dieses Hoch zu hoffen. Weil normalerweise, mein Trading-Stil ist eher so, ich warte, bis dieses Hoch abgefischt ist und dann gehe ich rein. Aber trotzdem sollte man gucken, liegt davor möglicherweise noch irgendwelche Short-Liquidität, die wir abholen können, in Form von diesen ganzen Supply-Zonen, also Widerstandszonen und gehen dann schon eine Etappe tiefer. Dass wir hier ein bisschen eher reinkommen. Klar, das Risk ist ein bisschen höher, aber die Chance, dass wir jetzt vielleicht doch schon eher, aufgrund auch dieser Hidden-Bearish-Divergence, die ja jetzt auch schon dabei ist, weil die, das ist jetzt eben der Punkt, sollten wir jetzt hier ein höheres Hoch reinkriegen, ist diese Hidden-Bearish-Divergence invalid. Das heißt, wieder am Punkt weniger, der da mit reinspielt. Deswegen gehe ich lieber hier, sage ich mal, in diesem Bereich Short, hoffe dann, okay, wir kriegen vielleicht jetzt schon gleich die Trendwende rein oder zur Not habe ich dann immer noch mich abgesichert mit einem Stop-Loss über unserem letzten Hoch, wo die ganze Liquidität liegt. So, und jetzt geht es dran, wir machen genau umgekehrt weiter, um unsere Take-Profits zu legen. Und jetzt wird es, ich merke selber schon, wenn ich jetzt so viel rede, es ist kompliziert. Ich glaube, ihr müsst euch das Video sowieso zwei-, dreimal angucken. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Step. Und zwar, wo liegt denn jetzt die nächste Liquidität? So, ihr seht hier unten diese Pump-Candle hier in diesem Bereich, deutlich, deutlich oder sehr, sehr viel Volumen hier reinbekommen. Grundsätzlich ein Zeichen, hier wird auf jeden Fall der Kurs meines Erachtens wieder zurückkommen, weil hier einfach viel Long-Liquidität liegt. Weil diese ganze Long-Liquidität, die hier unten liegt, möchte natürlich wieder abgeholt werden, um dann, sage ich mal, möglicherweise den Trend nach oben hin fortzusetzen, weil die Market Maker, also die großen Fische, möchten euch ja nicht die Chance geben, sage ich mal, ganz, ganz viel Kohle zu machen. Denn die versuchen euch dann rauszufischen und dann, sage ich mal, den Trend nach oben hin fortzusetzen. So, und jetzt kommen wir eben zu dem spannenden Punkt, den Traders Reality Indikator. Dafür gibt es ein extra Video, ich werde jetzt nicht genau nochmal tiefgründig darauf eingehen, aber der spielt da eben mit rein. Denn da seht ihr eben auch die Vector Candles. Ihr seht, dieses krasse Volumen ist auch gleichzeitig in der Vector Candle. Wie gesagt, schaut euch das Video Vector Candles an, was ich vor ein paar Wochen mal hochgeladen habe. Da wird alles drin erklärt. Es würde jetzt hier bei ungefähr 19.961 US-Dollar liegen. So, passt ganz gut eben hier. Wir zeichnen uns das mal ganz kurz hier mit so einem kleinen Strich ein, damit ihr wisst, auf welche Zone ich hinaus will. So, jetzt haben wir diese Vector Candle. Wir haben diese Volumen Candle. Das heißt für uns, da unten liegen eine Menge Stop Losses, also Entry Points von den ganzen Long Orders, die da unten liegen. Das heißt, die werden da unten wieder liquidiert. Und da möchte der Kurs natürlich wieder zurückkommen. Gleichzeitig ist es auch eine Ineffizienz. Eine Ineffizienz oder auch Void. Also dieser ganze Pump hier wird als Void bezeichnet, als Vector bezeichnet. Und da unten der Bereich, das ist die Ineffizienz. Das heißt, da wo der Pump begonnen hat, wo dazwischen keine Liquidität liegt, dieser Topf muss natürlich wieder gefüllt werden. Ich glaube, jemand hat das mal ganz schön mit dem Deckel erklärt. Ich kann es jetzt aber nicht wieder wiedergeben. Dieser ganze Bereich, zeichnen wir jetzt mal ganz kurz ein, ist Luft. Hier ist keine Liquidität da drin in diesem Bereich. Und diese wollen sich die Market Maker eben wiederholen. Das heißt, wir füllen diesen Raum, der ganz da unten ist, stoppen die ganzen Longs, die hier mit dieser ganzen Liquidität rein sind, aus, meistens mit einem tieferen Tief, und versuchen dann die Trendwende nach oben hin fortzusetzen. Das ist jetzt Punkt Nummer 1. Jetzt geht es weiter in die Demand-Zone. Wo ist denn zusätzlicher Support? Auch hier gilt natürlich, wir fangen jetzt nicht mit den 12 Stunden. Wir machen jetzt einfach mal einen 4-Stunden-Chart, schauen, wo liegt denn noch zusätzlicher Support. Wir haben bei einer Demand-Zone, also einer Support-Zone, hier unten diesen Bereich, da würde ich aber den ganzen Wig grundsätzlich mitnehmen, wo wir vorher eine rote Candle hatten und danach eine darauffolgende Grüne, die den roten Kerzenkörper der Grüne übersteigt. So, das ist insgesamt eine 4-Stunden-Demand-Zone. So, dann gehen wir auch hier, 3-Stunden-Chart, sehen wir, okay, hier haben wir keine Demand-Zone. Wir haben im 2-Stunden-Chart eine, auch hier nehmen wir den Wig natürlich mal mit, einfach um den Stop-Loss dann zu setzen, und dann gehen wir in den 1-Stunden-Chart. Hier haben wir erst einmal keine, weil hier kein wirklich signifikantes Volumen mehr dazu ist. So, dessen Demand-Zone heißt immer rote Candle, darauffolgende Grüne, der Kerzenkörper muss größer sein als der rote Kerzenkörper. Grundsätzlich nehme ich den Wig nicht mit, normalerweise kommt da auch kein Wig, das ist jetzt mal eine Sonderausnahme, beispielsweise sehen wir das hier drüben nochmal. Hier haben wir eine 1-Stunden-Demand-Zone, sieht man ganz gut hier. Ich zoome mal ganz kurz ein bisschen ran, damit ihr das besser seht. Da seht ihr, okay. Roter Kerzenkörper, immer den Wig mitnehmen, also den roten Wig nehmen wir hier mit. Andersrum nehmen wir den grünen Wig mit, bei einer Supply, bei einer Demand, nehmen wir den roten Wig mit. Und dann sehen wir, okay, hier war eine Support-Zone, das heißt, hier hätten wir long gehen können, in diesem Bereich. Stop-Loss unter diese Demand-Zone, Risk relativ gering. Noch dazu, machen wir mal hier mal so, waren ungefähr 0,3%. Schöne 1-Stunden-Demand-Zone, Retest, und dann ging die Abfahrt nach oben. Wie gesagt, ihr dürft es alles nicht einzeln betrachten, da spielen viele Faktoren mit, und ihr seht jetzt auch schon, wir haben angefangen nur mit einer Supply-Zone, dann ging es ab, gucken, ist da oben noch Volumen irgendwo in der Area, die wir beachten sollten, ja. Daraufhin haben wir den Short-Stop-Loss anders gelegt. So, und jetzt geht es darum, unten einen Entry zu suchen. Und ihr seht schon, diese Box ist relativ groß, was Supply und Demand-Zone anbelangt. Ihr wisst jetzt, wir haben hier einen Vektor, den sollten wir holen, bis ungefähr 16.960 US-Dollar. So, und jetzt kommt Punkt Nummer, was haben wir jetzt? Wir könnten jetzt gleichzeitig noch mal gucken, ob wir hier noch so einen kleinen Pivot haben, auf dem Weekly, weil auf dem Monthly haben wir keinen. Sehen wir, okay, hier unten dieser Bereich um 16.800, wurde aber schon mehrmals getestet, also erst einmal für unsere Analyse wertlos. Wertlos wurde schon getestet. So, jetzt kommen wir zum nächsten Tool, was ich sehr, sehr gerne verwende und was, glaube ich, oder was jeder gerne verwende, und zwar das Fibonacci Retracement Level. Wie ziehen wir das? Wenn wir einen Up-Trend haben, das heißt, wir haben einen Up-Trend, wie hier, nehmen wir vom WIC bis zu unserem Korrektiven hoch, hier oben ungefähr die 17.300. Das ist ein FIP, wo wir Support rausfinden möchten. So, okay. Das heißt, wir haben einen Up-Trend, wir ziehen von unserem Low zu unserem High das FIP-Level, um mögliche Support-Zonen zu kriegen. Und was sind mögliche Support-Zonen hier für einen Up-Trend? Ab dem 0,5er bis ungefähr, ich sage jetzt mal zum 0,786er, das sind die Support-Zonen, wo man normalerweise sein Entry beziehungsweise sein Stop-Loss plant. Entry, was hier natürlich sehr, sehr gut passt, wir haben hier einen Vektor, kurz vor dem 0,5er Fibonacci Retracement Level bei ungefähr 16.954. Die Liquidität, die wir sowieso abfischen wollen. Ineffizienz, wir haben den Vektor und das 0,5er. Das heißt, für mich, Entry wäre jetzt hier auf jeden Fall bei der Ineffizienz. Und den Stop-Loss kann man grundsätzlich, würde ich jetzt sagen, unter das Golden Pocket legen. So, jetzt müsst ihr euch aber denken, das Golden Pocket kann jeder, wirklich jeder einzeichnen. Mit einem kostenlosen Tradingview-Account, das ist bekannt, was das Golden Pocket oder was das Fib Retracement ist. So, deswegen lege ich liebend gerne meinen Stop-Loss immer noch unter das 0,786er Fibonacci Retracement Level, weil das dann doch nochmal so ein Anlaufpunkt ist. Okay, viele gehen eben beim Golden Pocket rein, werden dann ausgestoppt und dann mindestens bis zum 0,786er Fibonacci Retracement Level. Was jetzt aber hier an der ganzen Sache eben das Problem ist. Also man kann natürlich diesen Trade machen. Das Risiko, würde ich jetzt sagen, 1,25%. So, wäre grundsätzlich das erste Setup. So, jetzt haben wir aber ein ganz, ganz kleines Problem. Und zwar habe ich euch ja vorhin gesagt, hä, da oben legen wir unseren Stop-Loss über dieses Hoch, weil hier oben noch Liquidität liegen kann. Das gleiche Spiel haben wir dann aber auch, wenn wir einen Long haben, müssen wir gucken, wo liegt denn unten die Liquidität. Und jeder, der meine Videos verfolgt, weiß, ich gehe seit Wochen davon aus, wir haben hier drüben nämlich auch noch einen Vektor, wir haben eine Ineffizienz in diesem Bereich. Plus, jetzt kommt nämlich das nächste noch, wir haben hier unten auch noch Liquidität, wo eben dieser Pump, wir machen mal ganz kurz diese ganzen Supply-Zonen raus, dann seht ihr das. Hier, diesen Wig wurde auch mit sehr, sehr viel Volumen hier unten gefüllt, beziehungsweise ist entstanden. Das heißt, hier unten liegen sehr, sehr viele Stop-Losses und theoretisch müssten wir dann unseren Stop-Loss nicht auf 16.600, sondern eher hier unter in die Region um 16.400 Westdollar legen. Das Risk steigt somit von 1,25 auf 3,3%. Ist riesig, würde ich euch aber ganz ehrlich eher raten, also ich mache das dann eher so, okay, Trading ist riskant. Du wirst nie den perfekten Entry treffen wahrscheinlich. Es gibt ab und zu Trades, wo man auch auf den Dollar genau trifft, aber ich würde jetzt nicht hier unten auf Richtung 3,3% hoffen. Das wäre mir einfach zu groß. Ich würde hier eher ins 0,786er. Wenn ich da ausgestoppt werde, okay, dann ist die Chance sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier runtergehen und dann suche ich mir den nächsten Entry hier drüben. Bei dieser Ineffizienz, die sieht man hier relativ gut, wäre dann der nächste Entry hier bei ungefähr 16.000, ich sage jetzt mal 530, wieder ein bisschen davor und dann unter eben diese nächste Support-Zone und dann hätten wir noch einen Risk von 0,68. Das heißt, wir hätten zwar insgesamt, wenn wir jetzt prozentual runtergehen, 2% Risk, aber wenn wir den kompletten Stop-Loss bis nach unten hinlegen, haben wir über 3,5% Risk. Das heißt nochmal, wir minimieren hier zwischen 1,6 und 1,7 unser Risk. Klar, wir haben, unser Trade ist in den Stop-Loss gelaufen, aber es tut weniger weh, lieber 2 Trades in dem Ding zu verlieren mit der gleichen Positionsgröße, mit aber deutlich weniger Risk. Ich habe 2 Trades, zweimal die Möglichkeit haben, wieder nach oben hin zu steigen, als jetzt insgesamt diese 3% hier in Kauf zu nehmen. Und jetzt kann man nochmal ein bisschen tiefer reingehen und zwar, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Wir machen jetzt hier oben nochmal alles weg. Es ist viel, also ich glaube jetzt, ich hoffe, ihr versteht das. Also mir tut es leid, wenn ich hier echt nicht gut erklären kann. Ich gebe mir hier echt die größte Mühe. Dann gibt es ja das nächste Golden Pocket, wo wir auch mal im Auge, das heißt, unser letztes Tief bis zu unserem Hoch hier oben, schauen wir uns auch mal an. Und da sehen wir schon, ah, da unten ist ja auch nochmal ein Golden Pocket, genau da, wo unsere Ineffizienz liegt. Und das heißt, es bestätigt uns einfach nochmal, okay, da oben, wenn der Trade in die Hose geht, dann ist es so. Dann hoffen wir auf die nächste Ineffizienz, wo das Golden Pocket liegt, wo die Ineffizienz liegt, wo unsere neue Demandzone liegt. Gibt einfach mehr Sinn. Wir hätten hier zwei Entries möglich. Wir könnten aber, sag ich mal, zweimal auch ausgestoppt werden, aber das Risk ist einfach deutlich minimaler. Und so müsst ihr einfach rangehen. Auch hier wieder von unserem Low zu unserem High gucken, Ah, Golden Pocket, die Mahnzone, Ineffizienz passt alles und ein Vektor ist hier auch noch. Also die Überschneidung in diesem Bereich hier unten bei ungefähr 16.565 ist sehr, sehr hoch. So. Wenn wir jetzt natürlich aus einem Downtrend kommen, beispielsweise, wo machen wir, wir machen das mal ein bisschen weiter hinten, damit hier nicht so viel zugemüllt wird. Machen wir doch einfach mal hier. FIP kann man natürlich auch anders anlegen. Nicht nur in einem Abtrend, sondern auch in einem Downtrend. So. Dann haben wir hier diesen Bereich von unserem High, ziehen wir es dieses Mal runter zu unserem Low und dann wissen wir, wo unser Widerstand ist, nämlich am Golden Pocket. Haben wir hier diesen Bereich bei, damals war ungefähr das Hoch bei 25.2 bis zu unserem Low bei 18.2 und da sind wir genau ins Golden Pocket reingekommen. Genau umgekehrt, hier haben wir Widerstand, da müssen wir drüber kommen. Auch hier schöner Entry, 0.7, 0. kurz vorm 0.618 und dann gucken da drüber. Ah gut, da haben wir auch eine Ineffizienz, aber nach oben hin, nicht nach unten hin. Das heißt, hier in diesem Ding ist nichts. Sie wurde auch bis heute noch nicht gefüllt, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber auch hier gilt dann natürlich, okay, wir gehen hier vorher rein, Stop Loss über diese Ineffizienz, die sehr wahrscheinlich eigentlich hätte gefüllt werden sollten. Dann, da war oben noch so eine Einstunden Supply, also das heißt ein Widerstand wieder, 3% Risk und dann ist aber zum Glück, ohne dass hier was passiert, ist, der Stop Loss nach unten hingegangen, also die Position nach unten hingelaufen, so wie wir es wollten, Short und damit auch, ich glaube, den haben wir damals sogar mitgenommen, an dem Trade kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern und dann haben wir hier unsere Position im Endeffekt gefüllt. So, jetzt haben wir Strategien. Wir haben den Traders Reality Indikator, wir haben den Pivots, wir haben die E-Mail Ribbons, wir haben das Volumen, wir haben den RSI, ihr seht schon, es ist eine Menge. Deswegen habe ich auch, ich glaube, im allerersten Video gesagt, nehmt euch die Zeit zum Trading, den kein Trader oder kein erfolgreicher Trader ist vom Himmel gefallen. Es dauert wirklich seine Zeit, es ist viel Backtesting, ihr steckt viel Zeit da rein, aber es kann sich wirklich hier lohnen, diese Zeit auch wirklich zu investieren. Es sieht wirklich viel aus, aber glaubt mir, umso öfters ihr das macht, desto besser funktioniert es dann auch und dann ist das für euch Kinderkram. Dann macht ihr das mal 10 Minuten und schon wisst ihr, ja okay, das ist für den heutigen Tag wichtig, die Level sind interessant und dann kann da auch wenig passieren, sage ich jetzt einfach mal. Und wie machen wir jetzt im Endeffekt unsere Profite? Also mal an dem Beispiel jetzt, wir gehen jetzt wieder zurück auf unseren heutigen Chart, wo wir jetzt vorhin eingezeichnet haben. Beispielsweise, wir sind jetzt hier in einem Short rein. Wir haben hier in diesem Bereich unser Golden Pocket gezogen. Golden Pocket oder wie gesagt, das FIP-Level nehme ich einfach sehr, sehr gerne. Wo nehmen wir jetzt Profite? Beispiel, wir sind jetzt hier oben rein bei 17.280. Dann würde ich den ersten Take Profit ungefähr so kurz vor dem 0.236er nehmen. Einfach so eine kleine Hausmarke, weil hier einfach wieder Support ist. Den zweiten dann beim 0.382er bis 0.5er irgendwo in die Region. Auf jeden Fall den dritten vor dem Golden Pocket. Und was ich immer mache, kann auch jeder machen, sobald Take Profit 1 erreicht wurde, nehme ich nicht nur Profite, sondern mache auch den Stop-Loss Entry. Das heißt, ich habe überhaupt kein Risiko mehr. Ich lasse auch grundsätzlich, auch wenn ich TP3 erreicht habe, ist meine Strategie, dass ich noch 25% von der Position als Hedge möglicherweise offen habe, weil ich damit wieder, beispielsweise, nur mal so ein kleines Beispiel, wir gehen jetzt hier runter, wir machen dann hier unten, wie wir ja gerade darüber gesprochen haben, eine mögliche Long-Position auf hier am 0.5er. 25% haben wir ja gerade gelernt, sind dann noch von der Position offen bei TP3. So, jetzt machen wir hier eine Long auf. Die Long geht vielleicht möglicherweise in TP1. Unsere Short ist natürlich weiterhin offen, ohne Risiko. Wir haben 75% rausgenommen, aber dann geht der Kurs doch noch mal tiefer. Wir haben aber gleichzeitig schon TP1 genommen, haben dann TP1 genommen, wir haben die Short noch offen und können dann die Short immer noch ein bisschen weiter laufen lassen. Vielleicht dann sogar, sollte Bitcoin natürlich hier runterkommen, bis darunter und dann mache ich die irgendwann mal zu. Das heißt, ihr habt immer noch eure Short offen, die Profite laufen weiterhin. wenn dann der Long nicht funktioniert, habt ihr euer Risiko noch, also beispielsweise, ihr geht immer mit 100 Dollar Long oder Short, dann habt ihr diese 100 Dollar, die ihr hier reingesetzt habt, habt ihr immer noch einen Gegenwert von 25 in Short offen. Das heißt, ihr minimiert euer Risk einfach nochmal ein bisschen, weil ihr könnt natürlich auch dann den Short schließen, wenn euer Long in den Stop-Loss gelaufen ist, aber ihr minimiert einfach nochmal deutlich, deutlich mehr euer Risiko. Ja, boah, muss ich gerade selber mal überlegen, ob es noch irgendwas gibt. Ansonsten ist es eigentlich so, sage ich mal, meine Trading-Strategie. Das heißt, Supply, Demand, ihr guckt nach, wo liegt das Volumen, wo liegen Ineffizienzen, Traders' Reality, Bullish Divergence, Bearish Divergence und so funktioniert es. So einfach kann es sein, nicht Spaß. Also ihr seht schon, es ist eine Menge Arbeit, technische Analyse ist nicht einfach. Technische Analyse erfordert für den Anfang zumindest eine Menge Zeit. Für mich ist das mittlerweile gang und gäbe, wirklich, ich sage jetzt in Anführungszeichen mal easy, das einzuzeichnen oder das so hinzukriegen. Aber umso länger ihr das macht, desto mehr kriegt ihr auch ein Gefühl für die Sache. Und ich hoffe, ich konnte euch damit zumindest mal einen Einblick geben, so in meine Strategien. Ihr seht, wir haben keine Chart-Pattern gebraucht. Man kann sie natürlich einfach mal einzeichnen, einfach um zu gucken, okay, wie Retail tradet, weil normalerweise Retail, also Kleinanlieger traden mit Pattern, weil sie überall auf YouTube damit zugemüllt werden. Oh, guck mal hier, das und das Pattern und so. Und dann zeichnet es doch einfach mal ein. Guckt doch mal, passt es in eure Strategie. Es gibt Leute, die traden wirklich nach Chart-Pattern. Bombe, funktioniert. Bei mir hat es nie geklappt, vielleicht weil ich es falsch eingezeichnet habe oder sonst was. Aber ihr könnt es auch gerne mal, zum Beispiel hier, könnte man jetzt sagen, okay, wir haben eine Bull-Flag, was sind so die Voraussetzungen, Konsolidierung nach dem Abtrend, wie brechen wir aus und so. Oder auch ein Symmetrical Triangle. Also da einfach mal ein bisschen rumprobieren, probiert es aus, backtestet es einfach ein bisschen. Und ja, dann hoffe ich, konnte ich euch einen sehr, sehr guten Einblick geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, Kommentar da lassen für die Arbeit und wenn ihr Fragen habt, jederzeit stellt sie in die Telegram-Gruppe. Dafür ist die Telegram-Talk-Gruppe da, Fragen zu stellen für neue, für Leute, die Trading lernen wollen. Und dann war es das von meiner Seite. Nächste Woche geben wir dann, wird es ein kürzeres Video einfach, wie setze ich einen ersten Trade, wie setze ich Stop Losses und sowas, Take Profits. Das schauen wir uns dann in der nächsten Woche am 4. Advent an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, wer jetzt bis dahin jetzt am Ball geblieben ist. Ich hoffe, ich konnte es wirklich echt gut erklären für euch, damit ihr das auch super versteht. Ansonsten, wie gesagt, fragt mich einfach. Es ist noch kein Trader vom Himmel gefallen, keiner ist erfolgreich. Wahrscheinlich gestartet, blind. Aber gut, nehmt euch die Zeit. Viel Spaß beim Zuschauen oder beim Angucken jetzt oder beim nochmal Angucken. Ich bedanke mich. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und Stay Crypto!